Es ist mir leid, wenn die Audio jetzt noch nicht so toll ist, wie ihr sie normaler... Oh, er ist tot. Oh, er ist tot. Ja, ja, ja. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars Duell auf dem Bergwerk Lab Server und zwar, ich wollte ja eigentlich gerne die neuen 16x16x32x32 Maps spielen. Das Ganze hat aber leider nicht so geklappt, wie ich wollte, denn irgendwie sind die Lobbys nicht ganz voll geworden, weil im Prinzip sind es ja immer nur zwei Lobbys gewesen, also pro Map. Und deswegen, ja, ist das leider alles in die Hose gegangen und somit habe ich jetzt auch nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, auf der Map aufzunehmen, aber dafür gibt es das dann morgen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, so, zack, erstmal hier rüber. Dann fange ich mich jetzt schon mal hier rüber zu bauen an, so, zack, okay. Weil wenn wir dann in der Mitte sind, dann ist es auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Nice. Okay, ein Schwert hole ich mir noch und dann kann er sich ja in der Zwischenzeit schon mal weiter drüber bauen. Nice. Dann, wie ihr seht, ich bin schon weiß gebadet, weil mir einfach so unglaublich warm ist. Das glaubt ihr gar nicht, Leute, mir ist so warm. Ich schwitze wie sonst was. Und das, obwohl draußen gerade bei uns mega das Regenwetter ist. Fragt mich nicht, warum, aber hier drin ist es warm. Ey, es ist unglaublich. Dann, äh, noch zum Thema hier, neues Mikrofon. Da mein altes Mikrofon ja kaputt ist, konnte ich keine Videos machen. Das heißt, nur Vlogs und das Ganze... Oh mein Gott. Boah, ey. Ich dachte jetzt gerade echt, ich sterbe. Aber ich bin zum Glück nicht gestorben. Okay. Möchte er sich dann jetzt auch schon drüber bauen? Oder soll ich es wagen? Ganz alleine. Ach Leute, wisst ihr was? Ich wage es einfach dieses Mal ganz, ganz alleine. In die weite, weite Welt hinaus. Okay. Oh, Leute, der ist untergefallen. Läuft bei dem auf jeden Fall. So, zack. Erstmal deren Items hier snacken. Aua. Pilzkoala. Hör auf damit. Okay, Pilzkoala fällt. Nein. Ich schlag doch den anderen, wenn er in mein Zielfeld läuft. Und nicht den Pilzkoala. Oh Mann, das ist scheiße. Okay, jetzt ganz schnell ausrüsten, Thomas. Weil sonst bist du am Arsch. Aber zum Glück hatte ich kein Gold dabei. Das ist schon mal ziemlich nice, so. Ich geh jetzt aber trotzdem ganz schnell in die Mitte. Dann hol mir noch schnell... Nee, ich mach mir vorher noch schnell ein Schwert. Okay, so. Zack, äh... Zack, 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 zack. Nice. Und... Was zu essen vielleicht noch. Okay. Hier baue ich auch mal Vorsicht. Ich zahle aber noch ein bisschen ein. Oh, oh. Okay. Benni, du schaffst das. Pilzkoala ist down. Wir schaffen das zusammen. Los. Benni. Oh, Benni hat ein Eisenschwert. Komm, mit Benni gemeinsam. Kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, Leute. Mit Benni gemeinsam. Kann echt schief gehen. Und zwar, was ich noch sagen wollte. Ich habe ja ein neues Mikrofon, ne? Und... Eben da ich ein neues Mikrofon habe... Tut's mir leid, wenn die Audio jetzt noch nicht so toll ist, wie ihr sie normaler... Oh, er ist tot. Oh, er ist tot. Ja, ja, ja. Ich muss weg. Oh mein Gott. Wie ich den jetzt einfach noch bekommen habe. Schnell rüber. Schnell rüber. Sie haben nix. Los. Schnell rüber jetzt. Ganz schnell rüber jetzt. Ey. Ignoriert er mich oder so? Hallo. Wir müssen jetzt rüber. Wir können jetzt nicht mehr warten. Los. Okay, der Bauty Bay ist noch ein. Kackegal. Der lässt den anderen einfach wieder Zeit zum Farmen. Okay. Wahrscheinlich waren die jetzt eh schon in der Mitte am Bogen oder sonst was. Oh, ne. Sie waren noch nicht in der Mitte. Gut. Aber sie sind auf dem Weg in die Mitte. Wie ich gerade sehe. Okay. Mein Vater ruft mich an. Ne, interessiert mich jetzt nicht. Weil... Kannst du bitte aufhören zu vibrieren? Danke. So. Du fliegst jetzt erstmal. Weil... Das, was du hier abziehst, das geht ja mal gar nicht, ne. Ist ja echt mal unter alles das Sau hier. Oh mein Gott. Wie er mich noch bekommen hat, Alter. Okay. Aber trotzdem sind beide... Haben beide keine Ausrüstung. Mein Teampartner soll jetzt mal bitte hier mitkommen. Weil das ist sonst echt extrem doof. Und... Oh, jetzt habe ich mir Spinnennetze gekauft. Immer wieder mache ich dann... Immer wieder mache ich den Fehler hier. So. Ich gehe jetzt einfach weiter. In die Mitte. Und hol mir da jetzt nochmal schnell Gold. Oh nee. In Chest ist Ausrüstung, schreibt er. Okay, ja, danke. Das ist schon sehr nett, aber... Dankeschön. So, jetzt kann ich hier... Nein. Oh nein. Er kommt, er kommt, er kommt. Achtung, Achtung, Achtung. Okay, dann komme ich jetzt von hier. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt so. Ich versuche irgendwie das Bett abzubauen. Er soll die Leute töten, weil ich meine, er hat das gute Equipment. Ah, doof, ey. Der hat einen Knockback-Stick. Kacke. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn gegen einen Knockback-Stick jetzt hier machen? Ich hatte ja nicht mal ein Schwert. Oh, kacke. Jetzt habe ich mir die Sachen noch doppelt gekauft. Sieh, so schnell kann man sich ja ausrüsten, dass man die Sachen doppelt kaufen muss. Aber er hat hier zum Glück ein bisschen was reingelegt. Zum Ausrüsten. Dann würde ich sagen, kaufe ich mir jetzt noch schnell eine Spitzhacke. Und dann warte ich auch gar nicht mehr länger. Dann gehe ich jetzt auch gleich rüber. Sonst ist mein Freund ja ganz alleine. Nein. Nein. Ich möchte dich nicht im Stich lassen. Ich komme schon. Okay, Benny hat ihn wieder getötet. Yo, Benny. Go, Benny. Du schaffst das. Oh, okay. Er ist auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. Ich komme. So. Zack. Bin gleich da. Du lässt schön Benny in Ruhe, sage ich dir. So, er fliegt. Nein, ich fliege auch gleich, wenn der so weitermacht hier. Okay. Und der Pilz-Koala ist down. Jetzt müssen wir nur noch weiter zum Andron, weil der geht jetzt wahrscheinlich zu unserer Base. Nein, mach das nicht. Aber er müsste eigentlich gar keine Dinger mehr haben. Das heißt, er könnte sich gar nicht mehr porten jetzt. Und nice. GG. Alter, das war eine Geburt, Leute. Das war eine Geburt. Das war echt nicht mehr christlich. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt die Audioqualität nicht so gut ist wie sonst, dann entschuldigt das. Ich muss das alles erst noch mal mit dem Mikrofon einstellen. Aber ihr könnt mir ja trotzdem mal schreiben, wie ihr das so bisher findet. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Däumlein nach oben wirklich sehr, sehr freuen. Und ja, das war es von der Runde. Bad Wars Duell. Morgen dann hier auf der Map Jurassic World. Ich möchte morgen unbedingt spielen. Und Avengers auch. Aber das Problem ist eben, dass die Lobbys teilweise echt schwer voll werden. Ich meine, wir haben jetzt auch noch nicht Abend, aber am Abend dann. So gut, Leute. Ich würde sagen, das war es. Haut rein. Macht es gut. Und ciao.